Erste Pflichtspiel im Pokal gegen Tükücü. Aus meiner Sicht eine schwierige Aufgabe, wenn ich sehe, wie die bestückt sind. Aus zweiter Liga, aus der ersten Liga haben wirklich Erfahrung. Es ist eine kompakte Mannschaft, zumindest haben sie mir den Eindruck gemacht in den ersten beiden Spielen, die sie hatten, gegen Vell und Halle. Es ist eine Mannschaft, die versucht, Fussball zu spielen, aber auch immer wieder ein Mittel hat, mit langen Bällen über ihren Zielspieler Sliskovic gefährlich zu werden. Und dann haben sie Geschwindigkeit auf den Seiten, trauen sich was zu. Also ich glaube, wir brauchen wirklich einen guten Tag, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Wir werden mit der bestmöglichen Formation antreten für dieses Spiel. Das kann dann in einer Woche später ein bisschen anders ausschauen. Ich glaube, natürlich wird dann eine Rotation auch ein Thema werden. Ich glaube, der Start hat es in sich. Sie hatten ja im Trainingslager gesagt, dass der Transfermarkt noch gar nicht richtig angestoßen wurde, auch wenn jetzt Messi auf dem Markt ist beispielsweise, seit gestern. Wir hatten kurz überlegt, ob diese Frage käme. Ich wollte nur ein bisschen aufheitern. Sehr gut. Also er will keine Chance haben bei uns, weil die 10 ist vergeben. Oh. Ja, also darum wird das unheimlich schwierig. Also nur wenn Kruse keine Zeit hat, Donnerstagstag. Ja, ja, ja.